Irenaeus Eibel Eibesfeld ist ein österreichischer Zoologe, Involutionsbiologe, Verhaltensforscher und Gründer des Fachs Human Ethologie. Gemeinsam mit Konrad Lorenz, Hans Haas und Otto König erforschte er tierisches und menschliches Verhalten und setzte sich intensiv für den Naturschutz ein. Er beschrieb als erster die Putzsymbiosen von Riffbarschen. Das Turnierverhalten der Meerechsen und das Schwarmverhalten bei Fischen sowie das Verhalten einiger Arten, wie des Putzerlipfisches, des Putzernachahmers Aspidontus teniatus. Auf Galapagos beschrieb er mehrere Unterarten der Meerechsen und im Indischen Ozean einige Arten von Röhren ein. Zu den bedeutendsten Erfolgen seiner Arbeit gehören die Erstellung des weltweit größten filmischen Dokumentationsprogrammes zum menschlichen Verhalten im Kulturenvergleich. Die Entdeckung von Universalien im biologischen und kulturellen Verhalten des Menschen. Die Errichtung einer Forschungsstation auf den Galapagos-Inseln und die Etablierung der Human Ethologie als eines eigenständigen Wissenschaftszweiges. Akademische Laufbahn Von 1945 bis 1949 studierte Ireneus Eibel Eibesfeld als Schüler von Wilhelm von Marinelli und Ludwig von Bertal an Physiologie und Botanik an der Universität Wien und war von 1946 bis 1949 Mitarbeiter von Otto König an der biologischen Station Wilhelm Innenberg. Er legte die Lehramtsprüfung für Naturgeschichte und Physik ab und wurde zum Dr. Phil promoviert. Danach ging er nach Altenberg zum privaten Institut für Verhaltensforschung von Konrad Lorenz. Mit diesem wechselte er 1951 zur entstehenden Forschungsstelle für vergleichende Verhaltensforschung am damaligen Max-Planck-Institut für Meeresbiologie im westfälischen Bouldern. Ab 1956 war er im neu gegründeten Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie im bayerischen Seewiesen tätig. 1953 bis 1954 nahm er an der von Hans Hass geleiteten ersten Xarifa-Expedition in die Karibik und zu den Galapagos-Inseln teil. Er war fasziniert vom Artenreichtum der dortigen Ökosysteme und entwarf eine Denkschrift zum Schutz der Inseln. 1957 erfolgte im Auftrag der UNESCO und UCN eine zweite Reise nach Galapagos zur Aufnahme und Dokumentation der ökologischen Situation. Seine Initiativen führten zur Gründung der Charles Darwin-Forschungsstation auf Santa CRUZ und zur Einrichtung von Schutzgebieten. 1957 bis 1958 war er wissenschaftlicher Direktor der zweiten Xarifa-Expedition von Hans Hass in den Indischen Ozean. 1961 Gastprofessor an der University of Chicago. 1963 habilitierte er sich im Fach Zoologie an der Universität München und wurde 1970 zum Professor der LMU München ernannt. Die Expeditionen weckten sein Interesse daran, das menschliche Verhalten im Allgemeinen und die angeborenen Verhaltensweisen im Besonderen zu erforschen. Aus seinen Forschungsansätzen entwickelte sich mit der Human Ethologie eine neue wissenschaftliche Disziplin. Ab 1963 lehrte Eibel Eibesfeld zudem als Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1969 wurde er dort zum außerplanmäßigen Professor für Zoologie ernannt und 1996 emeritiert. Seit 1997 ist er ordentliches Mitglied des Human Wissenschaftlichen Zentrums der Münchner Universität. 1970 wurde Eireneus Eibel Eibesfeld in Seewiesenleiter der Arbeitsgruppe für Human Ethologie. 1971 erhielt er die goldene Böhl'sche Medaille der Kosmosgesellschaft. 1972 gründete er zusammen mit namhaften deutschen, österreichischen und schweizer Naturwissenschaftlern und Publizisten wie Konrad Lorenz, Otto König, Paul Leihhausen, Bernhard Grimek, Horst Stern, Heinz Sielmann, Josef H. Reichhoff und anderen die Gruppe Ökologie. Ab 1975 leitete er bis 1996 die selbstständige Forschungsstelle für Human Ethologie der Max-Planck-Gesellschaft in Seewiesen. Eibel Eibesfeld ist Mitglied zahlreicher in- und ausländischer wissenschaftlicher Institutionen, darunter der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, der American Association for the Advancement of Science, der Australian Forensic Society, der Südwestafrikanischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und der Polnischen Akademie für Sexualforschung. Von 1986 bis 1993 war er Präsident der International Society for Human Ethology. 1990 gehörte er zu den Gründern der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und der Konrad Lorenz Gesellschaft für Umwelt und Verhaltenskunde e.V. Zeitweilig war er auch Direktor des von ihm mitgegründeten Ludwig Boltzmann-Instituts für Statitologie in Wien. Seit 1998 ist er zudem Beiratsmitglied der Heinz-Sielmann-Stiftung. Er war Gründungsmitglied im PEN-Klub Lichtenstein. 1995 wurde Eibel Eibesfeld mit dem großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 1998 mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst die Klasse. Er ist Ehrendoktor der Universitäten Salamanca und Bologna. Eibel Eibesfeld wohnt in Söking. Forschungsschwerpunkte Bereits auf den beiden Xarifa-Expeditionen standen Fragen der Kommunikation im Fokus seines Interesses. Er begann damit so verschiedenartige Phänomene wie die Turnierkämpfe der Gala-Pagos-Meerechsen. Die von ihm entdeckten Putzsymbiosen der Korallenfische und die Zeremonien der Balz- und Brutablösung der Fregatvögel und flugunfähigen Kormorane unter einem gemeinsamen theoretischen Aspekt zu studieren. Weitere Schwerpunkte seines Interesses bildeten Fragen der Verhaltensentwicklung und Ontogenese. Seine Experimente trugen entscheidend zur Klärung des Streits um das Angeborene im Verhalten der Säuger bei. Seine tierethologische Forschung schloss Eibel Eibesfeld mit dem Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung 1967 ab. Nach 20 Jahren der Forschung im Rahmen der Tierethologie und Marinebiologie wandte sich Eibel Eibesfeld in den 1960er Jahren der Erforschung des menschlichen Verhaltens zu. Dabei ging es um die Frage, inwieweit sich Hypothesen zur Phylogenese von Verhaltensweisen auch auf das menschliche Verhalten übertragen ließen. Während zahlreicher Forschungsaufenthalte in Afrika, Südamerika und Ostasien untersuchte er unter anderem die Mimik diverser Volksstämme und wies Universalien nach. Also universelle und mutmaßlich angeborene Gemeinsamkeiten, etwa beim Zeigen von Wut, Trauer, Erstaunen, Verlegenheit, Freude und selbst beim Grüßen. Seine Studien mit taub und blind Geborenen und sein kulturvergleichendes Forschungsprogramm zu menschlichem Verhalten trugen entscheidend zur Etablierung der Humanethologie als Verhaltensbiologie und Teildisziplin der Ethologie bei 1984 veröffentlichte er das erste Lehrbuch der Humanethologie, das 1989 in englischer Übersetzung erschien. Im Rahmen eines Langzeitprojektes zur Erforschung menschlichen Verhaltens dokumentierte er in Film und Ton ungestellte soziale Interaktionen des Alltags, Rituale und andere Aktivitäten von Menschen in verschiedenen Kulturen, die er in regelmäßigen Abständen über einen Zeitraum von 40 Jahren besuchte. Die Kalahari-Buschleute, die Himba, die Yanomami, die Aipo und die Trobri und Insulana. Die Dokumentation dieser bis heute fortgeführten Forschungen beherbergte bis 2014 die K-Sekunden-Humanethologische-Filmarchiv in der Max-Planck-Gesellschaft. Andex seit Sommer 2014 die K-Sekunden-Senkenberg-Naturmuseum Frankfurt Menschliche Kommunikation und Kooperation. Eibel Eibesfeld hatte sich bereits in seinen tieriätologischen Forschungen auf Fragen der inner- und zwischenartlichen Kommunikation spezialisiert. Und auf die Verhaltensweisen, welche diese begleiten, von Anbeginn stand auch bei seinen humanethologischen Untersuchungen die nonverbale Kommunikation im Vordergrund. Über das mimische und gestische Verhaltensrepertoire hinaus trat dabei immer auch der Kontext der Situation ins Blickfeld, welcher eine soziale Deutung des Geschehens erlaubte und eine breitere thematische Perspektive eröffnete. Geben und Nehmen, die Kooperationsbereitschaft des Menschen, Tauschrituale, Grußrituale, Strukturen der Gemeinschaftsbildung, Familiarität und künstliche Verwandtschaftssysteme, Strategien der Konflikt- und Angstbewältigung und die soziale Rolle von Festen. Der Antagonismus von Rang bzw. Dominanzstreben und den Verhaltensweisen der Liebe und Fürsorglichkeit wurden dabei immer wieder als die Eckpfeiler des menschlichen Sozialverhaltens thematisiert. Vor allem die theoretische Verankerung der prosozialen Veranlagungen im phylogenetischen Erbe des Menschen stand im Widerspruch zu den damals gängigen sozialkritischen Theorien. Nach diesen stellen die Fähigkeiten zu Kooperation und Fürsorge das Ergebnis von Sozialisationsprozessen dar. Kulturelle Einflüsse auf das menschliche Verhalten Über das Verhalten hinaus sind daher auch das Thema der menschliche Emotionalität Konzepte der Wahrnehmung. Prozesse des Erkennens und der Bewusstseinsbildung Teil des Theorien- und Forschungsspektrum der Human Ethologie. Der Schritt in eine Kulturethologie erwies sich von Anbeginn als unvermeidlich. Viele der Ähnlichkeiten zwischen stammesgeschichtlicher und kultureller Ritualisierung sind ergebnisähnlicher Anforderungen seitens der Umwelt und damit im gleichen Sinne wirkender Selektionsdrucke. Bereits 1970 erschien Liebe und Hass zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen 1975 Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung Beides sind heute noch Longseller und Klassiker der Verhaltensforschung. Die Frage, wie sich auch beim Menschen unter kulturell veränderten Umweltbedingungen Verhaltensweisen durchsetzten und erhielten. Welche zu den phylogenetisch erworbenen zählen, beschäftigt Irenaeus Eibel Eibesfeld bis in die Erforschung des modernen sozialen Verhaltens. Angepasstheit kann das Ergebnis stammesgeschichtlicher, kulturgeschichtlicher und individualgeschichtlicher Entwicklung sein. Wenn das Überleben einer Art über den Anpassungswert an ihre Umwelt definiert wird, stellt sich die Frage der Wirksamkeit von Selektionsdrucken. Dies entspricht einem Evolutions-biologischen Ansatz. Da der Informationserwerb über unsere Umweltwahrnehmungsprozesse mit einschließt, sind Anpassungen auch im Sinnesbereich zu berücksichtigen. Die Aktionssysteme, die einem Verhalten zugrunde liegen, bedürfen zu ihrer Entstehung und den Erwerb von Informationen eines längeren Zeitraumes, als dies für Lernprozesse notwendig ist. Dabei kann man die einem Verhalten zugrunde liegenden unmittelbaren Ursachen und Auslöser untersuchen, welche das physiologische Zusammenspiel in Gang setzt oder nach der Funktion fragen, welche ein Verhalten erfüllt. Da der Informationserwerb über unsere Umweltwahrnehmungsprozesse mit einschließt, sind Anpassungen auch im Sinnesbereich zu berücksichtigen. Die kulturelle Evolution der Vergesellschaftung des Menschen zu größeren Verbänden brachte U.A.R. einen Beschleunigungsdruck mit sich, dem die Anpassungsfähigkeit des Menschen nur teilweise gewachsen war. Das Aufbauen auf älteren Strukturen des Ausdrucks und Verhaltensrepertoires, die aus der langen Zeit stammt. In welcher der Mensch kulturell als Jäger und Sammler in Kleingruppen lebte, erwies sich als Vorteil. Die Emotionalität gehört dabei zu den ältesten Strukturen an, welche das Verhalten des modernen Menschen andocken kann. Das Binde- und Fürsorgeverhalten ließ sich aus der Brotpflege, nach Ireneus Eibel Eibesfeld, eine Sternstunde der Verhaltensevolution, die oft aggressive Gruppenidentifikation aus der Familienverteidigung ableiten. Vieles erweist sich allerdings als Ach-A-Scha-Ballast mit Reliktcharakter. Universalien menschlichen Verhaltens Was als Universalienforschung bezeichnet werden kann, betrifft damit sowohl das Angeborene als auch Teile des kulturellen Verhaltens des Menschen. Das Bedürfnis nach kultureller Besonderheit, Identifikation und Abgrenzung, Mythenbildung, Indoktrinierbarkeit auf Gruppenwerte und Ausbildung von Sonderformen ebenso wie die elementaren Emotionen und Verhaltensweisen der Angst, Freude und Trauer, Liebe und Hass, Sprach-Spiel- und Flirtverhalten, Kleidersitten, Grußrituale. Die erwähnten Tausch- und Verwandtschaftssysteme sowie Denkmalkultur und Symbolidentifikation gehörten von Anbeginn und durch die Einbindung in entsprechende Fach- und Arbeitskreise verstärkt dazu. Es ging dabei immer um eine hinter den kulturellen Varianten erscheinende universelle Grammatik menschlichen Verhaltens. Die Zusammenarbeit mit Ethnologen, Medizinern, Linguisten, Psychologen und Kulturwissenschaftlern erwies sich dabei nicht nur als notwendig, sondern auch als höchst fruchtbar, das Verhältnis von Verhalten und Kunst. Seit den frühen 1980er Jahren stand auch die bildliche Kommunikation im Fokus seines Interesses, das heißt, die Verständigung über vom Menschen geschaffene Gebilde, dazu gehört die Kunst. Das Kolloquium über die biologischen Grundlagen der Ästhetik von der Reimers Stiftung unterstützt, bot ein erstes Podium für die Zusammenarbeit mit Musikern, Künstlern, Architekten und Kunsthistorikern, Statetologie. Eine entscheidende Wendung nahm seine Forschung nochmals Ende der 1980er Jahre, als sich Irenaeus Eibel Eibesfeld explizit der Statetologie zuwandte. Die Frage, wie der Mensch mit seinen angeborenen Dispositionen in der modernen Lebenssituation umgeht, interessierte ihn schon seit der Beschäftigung mit acharschen Lebensgemeinschaften. Es entstand das Projekt zur Wohnzufriedenheit in Zusammenarbeit mit Wiener Architekten und Soziologen. Dank neuer Mitarbeiter und Institutionen war er in der Lage, sich den Themen mit modernen Methoden zu widmen. Gemeinsam mit seinem Schüler Karl Grämer gründete er 1991 die Kasekunden-Ludwig-Boltzmann-Institut für Statetologie, das dem Fachbereich Anthropologie der Universität Wien angegliedert wurde. Dadurch angeregt wurde auch das Projekt zum Verhalten auf öffentlichen Plätzen. Hier steht vor allem die neue Situation des Lebens in der anonymen Großstadt im Mittelpunkt des Interesses. Wie geht der Mensch, der seine Evolution erfolgreich in Kleinverbänden vollzogen hat, wo jeder jeden kannte, mit den Bedingungen einer Großgesellschaft um, wo es gilt, neue Formen einer Solidargemeinschaft aufzubauen? Dies kann gelingen, indem das Ethos der Kleingruppe auf die Großgemeinschaft übertragen und der Mitbürger zum Bruder oder zur Schwester innerhalb eines neuen Bundes wird. Ein Weg führt dabei über die Symbolidentifikation, Wissenschaftstheorie und Methoden. Erkenntnistheoretische Basis der Human Ethologie sind der kritische Realismus und die moderne Evolutionstheorie. Bereits Charles Darwin wies 1872 in der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und den Tieren auf Universalien in der menschlichen Mimik hin, ferner auf einige Homologien in der Mimik von Schimpanse und Mensch. Parallelen zwischen der natürlichen und kulturellen Evolution können in Form von Analogien gefasst werden. Dabei spielt der Gedanke einer Ähnlichkeit von Verläufen aufgrund ähnlicher Selektionsbedingungen eine Rolle. Nicht an die Kopie der Naturgeschichte durch die Kulturgeschichte des Menschen ist zu denken, sondern an ähnliche Verläufe aufgrund gemeinsamer Bedingungen. Die Fragen nach Funktion und Werdegang lassen sich für kulturelle Verhaltensmuster ebenso stellen wie für phylogenetische. Methodisch übernimmt die Human Ethologie die in der Ethologie bewährten Verfahrensweisen. Aus Feldbeobachtungen statistisch auswertbare Datensätze zu erstellen. Eine vergleichend morphologische Betrachtungsweise sowie experimentelle Ansätze, drei Untersuchungsfelder erwiesen sich als besonders relevant. Die Erforschung von Menschen im frühen Kindesalter, von Kindern mit Erfahrungsdeprivation sowie des menschlichen Sozialverhaltens im Kulturenvergleich. Dabei standen die filmische Dokumentation und ihre Analyse im Vordergrund. Methodisch hat die Human Ethologie auch mit vielen Nachbardisziplinen gleichgezogen, vor allem, was das statistische Auswerten des Datenmaterials betrifft, Kritik. Instrumentalisierung seiner Arbeit in Eibel Eibesfeld ist als führender Verhaltensforscher anerkannt, zugleich wird ihm vorgeworfen, seine Thesen zur Unterstützung fremdenfeindlicher Ideologien instrumentalisieren zu lassen. Biologischer Reduktionismus im Mittelpunkt der Kritik steht Eibel Eibesfelds Überzeugung. Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung an Tieren ließen sich teilweise auf die Menschen übertragen. Wie allen Verhaltensforschern, Soziobiologen und Envolutionspsychologen wird ihm vorgeworfen, anthropologische Begründungen für menschliche Verhaltensweisen und somit einen biologischen Reduktionismus zu vertreten. These der angeborenen Fremdenfurcht weiters wird kritisiert, er postuliere eine dem Menschen angeborene Fremdenfurcht. Der Spiegel bezeichnete 1989 Eibel Eibesfeld Thesen von der den Menschen angeborenen Fremdenfurcht als chauvinistisch. Dem ist entgegenzuhalten, dass Eibel Eibesfeld seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr von einer angeborenen Fremdenfurcht, sondern einer angeborenen Fremdenscheu spricht. Diese stehe in einer Ambivalenz zum ebenfalls angeborenem Neugierverhalten. Ob sich ein Mensch nun einer ihm fremden Kultur mit Scheu oder mit Neugier nähere, sei von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Recht von Ethnien auf eine eigene Identität Eibel Eibesfeld wurde auch zum Vorwurf gemacht, sich für das Recht von Ethnien auf eine eigene Identität auszusprechen. Als Mitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker verpflicht er dieses Recht für jede Population oder Gruppe. Seien es Ethnien des Regenwaldes in Venezuela oder San Ethnien Bozwannas wie auch europäische. Zugehörigkeiten zu einer solchen sind nach Eibel Eibesfeld wohl oft soziale Konstrukte, erfüllen aber die Funktion eines evolutiven Schrittmachers. Da Angehörige von sozialen Gruppen sich nicht nur von sich aus mit einer solchen identifizieren, sondern auch meist untereinander heiraten. In der nationalrevolutionären bzw. neu rechten Zeitschrift für selbst hat Eibel Eibesfeld 1998 den Artikel »Warum wir die Natur lieben und dennoch zerstören« verfasst. 1998 lieferte Eibel Eibesfeld manchen Kritikern neuen Anlass für Vorwürfe, als er sich in seinem Buch »In der Falle des Kurzzeitdenkens im Interesse der Erhaltung des Friedens« unter anderem darum sorgte, dass die Politiker einer Hilfe leistenden Gemeinschaft die Identität ihrer politischen Gemeinschaft nehmen könnten. Das macht eine Begrenzung der Immigration aus kulturell und anthropologisch ferner stehenden Populationen notwendig. Bereits in früheren S.E.s. war seine Verwendung des Begriffs »kulturferne Ausländer« für Einwanderer vor allem aus der Dritten Welt auf Kritik seitens von Soziologen und Sozialpsychologen gestoßen. Auszeichnungen 1971 Goldene Bölsche Medaille der Kosmosgesellschaft für Verdienste um die Verbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 1981 Burda-Preis für Kommunikationsforschung 1988 Philipp Morris Forschungspreis 1989 Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold 1994 Verleihung der Ehrendoktorwürde für Philosophie der Universität Salamanca, Spanien 1995 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 1996 Nationalpark Lebelle in Gold mit Rubinen und Brillanten für außerordentliche Verdienste um den internationalen Naturschutz Verliehen vom Naturhistorischen Museum Wien und der Nationalpark Akademie Donauauen Wien-Schwenkscher Umweltpreis der Stadt Ebersberg 1997 Goldmedaille der Dress Harkatz Stiftung verliehen für hervorragende Verdienste um die Erforschung des menschlichen Verhaltens 1997 Bayerischer Verdienstorden 1997 Jahrespreis der Stiftung für abendländische Besinnung aus Zürich 1998 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst die Klasse 1998 Inge und Werner Grüter Preis für gelungene Wissenschaftsvermittlung für Verdienste um die Meeresbiologie und Refforschung 1999 Premio Catedra Santiago Grisulia für die Verdienste um die Erforschung der Ethologie des Menschen und der Aggressivität 2001 Ehrenpreis der Heinz-Sielmann-Stiftung für den Einsatz für den Naturschutz, vor allem auf den Galapagos-Inseln 2003 Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien 2005 Verleihung der Ehrendoktorwürde für Psychologie der Universität Bologna, Italien 2007 Almerito, verliehen von der Charles Darwin Foundation Ecuador 2011 Premio Nonino, Kulturpreis für seine humanitologische Forschung Schriften Ein umfassendes Schriftenverzeichnis befindet sich auf den Webseiten des Max-Planck-Instituts für Ornithologie Siehe Publikationen von Irenaeus Eibel Eibesfeld Gala Pagos Die Arche Noah im Pazifik Pieper München 1960 Im Reich der Tausender Tolle Als Tierpsychologe in den Korallenriffen der Malediven und Nikobaren Pieper München 1964 Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung Pieper München 1967 Liebe und Hass Zur Naturgeschichte Elementarer Verhaltensweisen Pieper München 1970 Die Kobuschmann-Gesellschaft Gruppenbindung und Aggressionskontrolle bei einem Jäger- und Sammlervolk Monographien zur Human Ethologie Band 1 ZD BID 184306-0 Pieper Köln 1972 ISBN 3-492-01948X Der vorprogrammierte Mensch Das ererbte als bestimmender Faktor im menschlichen Verhalten Molden Wien Zürich München 1973 ISBN 3-217-005686 Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung Pieper München 1975 ISBN 3-492-02182 Menschenforschung auf neun Wegen Die naturwissenschaftliche Betrachtung kultureller Verhaltensweisen Molden Wien 1976 ISBN 3-217-00622-4 Die Biologie des menschlichen Verhaltens Grundriss der Human Ethologie Pieper München 1984 ISBN 3-492-0268-7-7 Der Mensch das riskierte Wesen Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft Pieper München 1988 ISBN 3-492-03014-9 Und Grün des Lebens Goldner Baum Erfahrungen eines Naturforschers Kiepenheuer und M. Witsch Köln 1992 ISBN 3-462-022318 Christa Sitterlin im Banne der Angst Zur Natur- und Kunstgeschichte menschlicher Abwehrsymbolik Pieper München 1992 ISBN 3-492-03387-3 Wieder die Misstrauensgesellschaft Streitschrift für eine bessere Zukunft Pieper München 1994 ISBN 3-492-0368-2-1 In der Falle des Kurzzeitdenkens Pieper München 1998 ISBN 3-492-033156 Gabriele Herzog Schröder Marie-Claude Mattei Müller Janomami Human Ethologische Begleitpublikationen Publikation zu wissenschaftlichen Filmen Ethnologie Sonderband 10,2001 ZDBID 2-023-072-2 Institut für den wissenschaftlichen Film Göttingen 2001 ISBN 3-8822-2-080-5 Christa Sitterlin Weltsprachekunst Zur Natur- und Kunstgeschichte bildlicher Kommunikation Brandstetter, Fien 2007 ISBN 978-3850-33-0930 Was ist Leben? Entstehung, Erforschung, Erhaltung Anteil feste TIX-Festschrift Neumann-Neudamm, Melsungen 2010 ISBN 978-37888-1355-0 Inhaltsverzeichnis online Sternstunden der Verhaltensevolution In Michael Karsch, Joachim Karsch Das Werden des Lebendigen Beiträge zur 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie e. V. In Halle 2009 Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie BN 16 ZDBID 1.461.546-0 VWB Berlin 2010 ISBN 978-3861353966 S. 29-52